Brasilianer lieben Fußball, nur gelbe Karten, die scheinen zu stören. André Luiz von Botafogo, Rio de Janeiro kann es nicht fassen und knallt sie dem verdutzten Schiri vor die Füße. Rot. Vorausgegangen war ein Spielergerangel. Schiedsrichter Carlos Candia pickte sich den Botafogo-Verteidiger heraus und brachte damit den Stein ins Rollen. Luiz erwartet jetzt eine heftige Strafe des südamerikanischen Fußballverbandes.